Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Tech News. Ich hoffe es geht euch gut und dass ihr bisher alles gut überstanden habt vor Weihnachten. Nicht mal mehr in der Woche, dann haben wir es schon wieder. Denn es ist der 24. und das Jahr ist auch schon wieder bald vorbei. Trotzdem werdet ihr regelmäßig mit dreimal die Woche die News versorgt. Ich würde mich sehr freuen. Und es gibt eine kleine Ansage von mir, denn auf Threads bzw. X, je nachdem auf welcher Plattform ihr unterwegs seid, habe ich einen kleinen Thread, Tweet gestartet. Da könnt ihr mal eure Setups posten. Und ich werde diesen Sonntag dann ein kleines Reaction Video darauf machen. Und dann werden wir mal gucken, was wir daraus schönes zaubern können. Aber ihr müsst euch sicher gehen, ich werde die Dinge auch kritisieren. Also schickt die gerne ruhig ein, wenn ihr das wollt. Wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Wir haben schon ein paar Einsendungen, aber ich hätte einfach mal Bock auf so ein kleines Format. Vielleicht auch mit Verbesserungsvorschlägen für die einzelnen PCs. Aber ich würde sagen, wir legen los mit der Tech News. Und da starten wir direkt mal rein in die AMD-Ecke. Und hier gibt es den AMD Epic 9005 Turin. Und was ist so besonders an dem Ding? Naja, das ist der erste Prozessor mit 128 Zen 5 Kern. Beziehungsweise in einer anderen Version noch mit 192 Zen 5 C Kernen, die ein bisschen abgespeckt sind, ein bisschen weniger Transistoren brauchen. Dafür aber die Multi-Threading-Leistung nochmal massiv erhöhen können. Und das Besondere ist, es passt genauso wie auf den Desktop auf den Sockel SP5 mit 6.096 Kontaktflächen. Also es sind Riesenprozessoren, die aber vor allem für den Servernarkt jetzt wohl langsam ins Rollen kommen. Denn 2024 soll es losgehen mit Zen 5. Wir werden da also erste Benchmarks sehen. Dann wirklich von den richtigen Samples, die aber natürlich nochmal wesentlich niedriger getaktet sind, als zum Beispiel bei uns im Desktop ein Threadripper oder aber auch die normalen Desktop-Kerne. Trotzdem wird es spannend zu sehen, was Zen 5 denn alles leisten kann. und ja, vor allem, was es dann für unsere Systeme hier irgendwann mal bringen wird. Es gibt außerdem ein AMD-Update zum MI300A und MI300X. Das sind ja diese AI-Recheneinheiten, die AMD vorgestellt haben und die bis zu 40% schneller sind als die NVIDIA-Pandals. Dann hat NVIDIA gesagt, ja, aber bei optimierter Software ist unserer schneller. Und dann jetzt hat AMD gesagt, nee, 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 wir haben ja auch schon Software optimiert und wir sind immer noch schneller als ihr. Also das heißt, der Kunde hat die Wahl. Da, wo die beste Software und die meiste Software rauskommt, die du mit der Hardware nutzen kannst, naja, ist so ein bisschen wie Exklusivspiele auf der Konsole, sage ich mal. Ganz einfach runtergebrochen und am Ende wird der Kunde dann natürlich entscheiden. Weiter geht es mit der Ryzen 8000G-Serie und das wird ja noch nicht Zen 5 werden, sondern immer noch Zen 4, aber halt im Phoenix-Design und damit mit Power-Cores, mit kleineren Cores und ja, auch der Grafikeinheit 780M. Und ja, da haben jetzt Asrock und auch Asus aus Versehen Details enthüllt, obwohl aus Versehen ja immer ein bisschen schwierig ist. Aber bestätigt sind jetzt damit 8 Kerne, 16 Threads und die 780M-Grafikeinheit bei einer TDP von bis zu 65 Watt. Also man kann hier nochmal wesentlich mehr Power draufsetzen, als zum Beispiel in einem Mini-PC oder aber auch in einem Notebook. Das Wichtigste dabei ist aber, ihr könnt die noch mit wesentlich schnelleren RAM kombinieren und dann wird es nochmal spannend zu sehen, wie viel Leistungsvorteil die APU da rausholen kann. Jedenfalls könnt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Speicher den ganzen zuweisen, denn diese beiden Hersteller wollten eigentlich darauf hinaus, dass man jetzt 256 GB Arbeitsspeicher verbauen kann, genauso wie MSI. Das heißt, mit den größeren Mainboards, wie zum Beispiel einem X670 Mainboard, sind 256 GB auf vier Slots verteilt keine Seltenheit mehr. Ihr dürft die dann offiziell damit betreiben. Ob ihr die braucht, keine Ahnung. Ich habe momentan 32 GB rein, werde vielleicht noch auf 64 aufrüsten, bevor alles wieder zu teuer wird. Aber ansonsten weiß ich nicht, weiß ich nicht. Dazu gibt es aber noch den AMD BC250 Crypto-Mining Cards. Und ja, der könnte man jetzt sagen, ja und, das interessiert mich doch nicht. Crypto-Mining ist doch tot. Ja, ist tot, aber es ist durchaus spannend zu sehen, welche Hardware da so aufgetaucht ist. Denn die Leute haben ja damals händeringend nach irgendwelchen Beschleunigern gesucht. Und da gibt es ja diesen bestimmten AMD-Prozessor auf ADNA 2-Technik, der ja damals der PlayStation 5 ähnelt und der 4700 Grafikeinheit. Und das finde ich eine spannende Sache. Denn ja, tatsächlich sind die jetzt massiv aufgetaucht. Leider ist auch hier die Grafikeinheit deaktiviert, weil so könnte man mal eine der stärksten Grafik-APUs von AMD ausprobieren. Vielleicht taucht ja irgendwann mal noch ein nicht-defektes Modell auf. Das würde mich auf jeden Fall mal richtig jucken, in die Finger zu bekommen. So, kommen wir in die blaue Ecke. Und auch hier gibt es ein paar Sachen, wo ich erst dachte, gibt es gar keine News zu Intel. Aber doch, es gibt ein paar News. Es gibt nämlich einen neuen Treiber. Und zwar mit der Version 31.101.5081. Und der bringt vor allem einiges zu Battlefield 1 mit. Nämlich 30% Performance Plus, was das auch immer bedeutet. Aber auf jeden Fall optimiert man weiter. Aber auch für Linux bringt man neue Treiber raus. Und zwar endlich auch für Iris Xe Grafikeinheit. Die wurde nämlich bisher immer ein bisschen hingemauschelt und einfach mit einem 915G Treiber angesprochen. Und der basiert ja auf einer wesentlich älteren Grafikstruktur von Intel. Und jetzt gibt es endlich mal nativen Xe-Support. Damit könnt ihr noch mal einiges an eurer Grafik ein-ein-rausholen. Genauere Details findet ihr natürlich unten in dem Link in der Beschreibung. Aber Intel sitzt jetzt, zumindest jetzt nicht mehr, auf seinen Lorbeeren, sondern die wollen jetzt richtig Gas geben wieder. Und ja, nachdem AMD Ewigkeiten Probleme mit Bulldozer hatte, kam Intel gleich hinterher, konnte sich ein bisschen besser schlagen. Aber jetzt mit Meteor Lake und auch dem neuen Nanometer-Verfahren soll das Ganze geändert werden. Denn die Intel Gaudi 3 AI Accelerator Technologie soll noch mal wesentlich besser sein als NVIDIAs H100. AMD hat man jetzt aber nicht erwähnt. Aber ja, spannend zu sehen, was sich auf dem AI-Markt alles so entwickelt. Und ich bin mal gespannt, welcher Hersteller sich am Ende durchsetzen wird. Weil NVIDIA hat natürlich momentan einen riesen Vorsprung. Aber man müsste schon 2024 schon mit der 2-Nanometer-Struktur anfangen. Und das dürfte den Wettbewerb im Markt noch mal wesentlich schärfen. Denn TSMC wird erst nächstes Jahr mit der 3-Nanometer-Power-Technik kommen. Und ja, da hat man ja schon vermutet, dass AMD da bereits drauf setzen wird. Aber da Zen 5 in 2024 kommt, werden wir hier wahrscheinlich bei 5-Nanometer bleiben. Und bei Zen 6 dann auf 3-Nanometer setzen. Also gucken wir mal, wo die Reise hinführen wird. Und wie viel es noch bringt. Irgendwie habe ich den Eindruck, in den letzten Jahren ist nicht mehr viel geschehen. Von 7 auf 4-Nanometer zumindest. Aber vielleicht habt ihr da ja einen anderen Eindruck. Und es gibt auch schon die erste Ankündigung für Mini-PCs. Und ich hätte so Bock, mal so ein Ding in die Hand zu bekommen. Denn ja, der Hersteller Mac Rivo hat sich mal ein bisschen Design abgeguckt von dem Mac Mini. Und hat sich gesagt, wir packen da den neuesten Meteor Lake 155H rein. Und ja, noch ein bisschen flacher als andere Hersteller machen wir das Ganze. Dafür habt ihr unten einen Riesenlüfter drin, der das ganze Konstrukt dann kühlen wird. Und der sieht echt sexy aus, meines Erachtens nach. Nur die Anschlussausstattung ist ein bisschen lame. 2x2,5 Gigabit. Und weiß ich nicht, hätte man auch adaptieren können mit einem Switch oder ähnliches. Aber gut, so habt ihr zumindest 5 Gigabit verfügbar. USB 2.0, ein USB 40 Anschluss. Also da kann Meteor Lake mehr. Aber wie gesagt, es ist ja auch einer der ersten PCs mit dieser Konfiguration. Ausgeliefert wird das Ganze mit einer 1 Terabyte PCI Gen 4 SSD und 32 Gigabyte DDR5 5600 Memory. Also wir haben hier auf jeden Fall noch ein bisschen Platz nach oben. Die 125H-Variante wird dann umgerechnet für 600 US-Dollar verkauft. Spannend zu sehen. Kommen wir in die Nvidia-Ecke. Und ja, es ist bald soweit. Die neuen Nvidia-Karten werden vorgestellt. Es spricht eigentlich nichts mehr dagegen, dass wir nicht die Refresh-Modelle sehen werden. Unter anderem zum Beispiel die GeForce RTX 4070 Ti Super. 4080 Super und ja, auch eventuell eine 4090 Super, die vielleicht ein bisschen später kommt. Denn der Händler ProShop hat in seinem europäischen Handelsstore 244090 Super aufgelistet. Die aber laut den Bildern momentan allen den 4090-Varianten entsprechen. Also entweder hat da einer in irgendeiner Weise die Marketing-Software aktualisiert. Sagen wir es einfach mal so. Und dann einfach ein Super hinter alle 4090 Karten geknallt. Oder aber vielleicht wird es ja wirklich eine 4090 Super geben. Wir dürfen gespannt bleiben, denn der Chip ist ja immer noch nicht maximal ausgebaut. Und ja, aber momentan ist ja die 4090 kaum zu bezahlen. Mal sehen, was diese Karte dann kosten sollte. So ungefähr 3,50. Aber es gibt jetzt auch die ersten Leaks über die neuen Grafikkarten, die ja schon länger in den Gerüchten sind. Und da wird es halt spannend mit der 40 Ti Super, 4080 Super und 4070 Super. Und da gibt es jetzt Review-Embargos. Das Unboxing darf bereits am 8. Januar stattfinden. Das heißt, die ersten Leute werden schon zur Vorstellung der Grafikkarten ihre Grafikkarten zu Hause haben und dürfen die Videos dann hochladen. Am 16. Januar ist dann übrigens das 4070 Super-Review-Embargo gefallen. Am 17. Januar darf man dann die von den Drittherstellern reviewen. Und am 23. Januar kommt die 4070 Ti Super. Am 24. Januar dann die von den Drittherstellern. Und am 30. Januar die 4080 Super. Also es kommt wirklich alles im Januar raus. Und wir werden eine neue Marktmacht sehen, die sich dann hoffentlich auch ein bisschen durchsetzen wird. Und vor allem in Sachen Preise wieder konkurrenzfähiger. Das wäre toll. Glaube ich aber nicht dran. Und zu guter Letzt haben wir noch eine schöne Meldung für alle Leute, die sagen, ey, ich habe eine ältere GeForce, also keine 4000er-Generation oder eine AMD-Grafikkarte. Denn eine Mod für AMD FSR 3, die jetzt aufgrund des Open-Source-Status erfunden wurde, kann DLSS in verschiedensten Spielen ersetzen. Das heißt, wenn ihr vorher keine Frame-Generation hattet, dann dürft ihr jetzt mit FSR 3 darauf hoffen, dass ihr wieder ein bisschen mehr Performance aus euren betagten Karten ab der RTX 2000er-Serie rausholt. Und das ist natürlich schon spannend zu sehen, denn theoretisch würde es beweisen, es ist doch möglich, das so auszuführen. Und nicht NVIDIAs Marketing-Geblubber glauben zu dürfen. Aber wir haben natürlich auch noch neben den großen Themen wieder ein paar kleine Themen und auch heute wird es wieder interessant. Unter anderem bringt FSP nämlich ein 2500-Watt-Netzteil, was gleich mal vier Kabel mit dem neuen Anschluss 12 Volt minus 2 mal 6 GPU mitbringt. Das heißt, ihr könntet theoretisch bis zu vier RTX 4090 an dieses Netzteil anschließen und wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen. Wer das immer noch braucht, weiß ich nicht. Also für den Privatgebrauch ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich. Weiter geht es mit HP Smart, denn bei vielen Leuten sind in irgendeiner Weise HP-Drucker aufgetaucht. Und Microsoft sagt jetzt, ja, das dürft ihr jetzt selbst machen. Wir haben zwar ein Patch rausgebracht, aber ihr müsst die trotzdem manuell rauslöschen. Na, vielen lieben Dank dafür. Weiter geht es mit dem NASA Rover. Und ja, wir gehen ins Weltall und zwar auf den Mars. Und der konnte jetzt wohl rekonstruieren, wie Wasser auf den Mars gekommen ist und zwar durch einen Meteor. Der hat da einen Graben reingeballert und da ist wohl auch Wasser gewesen. Also man hat ja nur noch Reste davon entdeckt. Man konnte aber rekonstruieren, wie das Ding mal aussah. Und jetzt guckt man natürlich, ob es da in irgendeiner Weise Lebensformen gibt. Das wäre natürlich die erste offizielle Entdeckung von Aliens, wenn das denn irgendwann mal rauskommt. Die uns wahrscheinlich nicht zerstören können, aber es wäre schon eine kleine Sensation. Und weiter geht es mit dem Mond. Und auch hier hat man schon konkrete Pläne gefasst, um eventuell besiedeln zu können. Denn riesige Leuchte- und Energietürme sollen jetzt auf den Mond aufgestellt werden. Die sind 100 Meter hoch und auf ihrer Spitze befinden sich Sonnenkollektoren. Durch diese Energie generieren und auch speichern und übertragen können. Das heißt, ähnlich wie bei unserer Solartechnik oder sowas, könnte man dann Energie auf dem Mond erschaffen. Und damit wäre der theoretisch besiedlungsfähig. Also es wird noch richtig spannend. Ich glaube, wir erleben noch eine richtig spannende Zeit die nächsten Jahre. Und apropos Aliens, hier wird es auch nochmal spannend. Denn Forscher konnten das erste Mal mit einem Wal kommunizieren über Walgeräusche. Und konnten richtig fette Forschungsergebnisse herausfinden. So zum Beispiel kommunizieren Wale offensichtlich auch über den Abstand der Laute. Hat man sich zum Beispiel 10 Sekunden mehr Zeit gelassen, um mit dem Wal zu kommunizieren, im Vergleich zum vorherigen Geräusch, dann ist der Wal auch 10 Sekunden länger still gewesen, bevor er geantwortet hat. Und das ist natürlich 20 Minuten gegen das Gespräch. Was man genau gesagt hat, versucht man natürlich jetzt herauszufinden und sicherlich auch durch mehrere Forschungsergebnisse. Und ja, wahrscheinlich hat sich der Wal einfach nach 20 Minuten gedacht, was labert der da eigentlich? Ist das interessant? Ich weiß es nicht. Der Wal hieß Train, so haben ihn die Forscher genannt. Und der soll vor allem dazu helfen, mit Außerirdischen zu kommunizieren. Ob das so klappt, das werden wir natürlich sehen. Hauptsache, man spricht nicht irgendeinen Außerirdischen mit einem Zerstörerschiff an oder so. Muss ja nicht sein. Aber gut, zu guter Letztes haben wir noch eine kleine Auto-News. Und zwar soll wohl die Dachantenne, die Haifisch-Antenne, oben vom Dach verschwinden. Das sorgt natürlich für besseren CW-Wert und so weiter und so fort, weil die Luft weniger gebrochen wird. Und LG zeigt jetzt eine Variante, wie die Antenne in die Windschutzscheibe integriert werden kann. Ja, wie teuer denn langsam so eine Windschutzscheibe wird, das können wir uns ja ausmalen. Also lieber eine gute Versicherung für zukünftige Autos abschließen. So, das war es dann allerdings auch schon mit dieser Tech-News. War wieder ein bisschen umfangreicher. Gerade der Ticker interessiert mich doch immer mehr. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Was mache ich da mit dem Finger? Und ein Abo dalassen, damit wir dieses Jahr noch die 10.000 knacken. Bis zum nächsten Mal und ciao.